Jedem hier fehlt etwas. Und manche haben von etwas zu viel. Begabungen, Spezialtalente. Einer der Farben wahrnimmt wie Musik. Einer der Farbpläne im Kopf hat um das Wetter. Einer der im Weltraum lebt und sich selbst nicht spürt. 1975 der Komet ist am Bodenhimmel damals, oberhalb des Sternbilds Pegasus. Jetzt, 1996, der Komet in Höher Kutake. Er zog über den nördlichen Himmel. Vom Sternbild großer Welt beispielsweise vorbei. Er zog uns über den ganzen nördlichen Himmel. War mehrere Wochen zu sehen. Er wurde kurz vorher erst entdeckt von dem japanischen Astronomen Hyo Kutake. Daher hatte er auch seinen Namen. Im Januar ist die Sonne in der Erde 147,5 Millionen Kilometer. Und am 2. Juli ist die Sonnenferne. Die Erde 152,1 Millionen Kilometer. Die mittlere Entfernung beträgt 150 Millionen Kilometer. Das ist das Maß einer astronomischen Einheit. Eine astronomische Einheit ist 150 Millionen Kilometer. Was vermissen Sie am meisten? Also, gibt es etwas, was Sie sehr vermissen? Nee, eigentlich nicht. Man wünscht sich ja manchmal etwas ganz Besonderes, dass man lasst etwas passieren. Ich würde eigentlich viel lieber lustiger sein. Ich weiß nicht, was mich da will. Also, gibt es viele Menschen, die viele Menschen hier sind. Das ist ein wichtiges traurige Person. Das ist nicht wunderschön. Das ist ein wichtiges traurige Person. Ich gehe immer mit einem japanischen Entfernen. Ich gehe immer mit einem weniger brainwästigen Kürizen-Kürizen-Kürizen. Haben Sie ein wenigrein. Meine du-Kürizen-Kürizen sich nicht mehr als Passagier. Ich möchte sie nicht mehr als Ausatmen. Mit einem Jungs-Kürizen-Kürizen-Kürizen-Kürizen-Kürizen. Ich möchte auch ein wenigrein. Ich möchte das nicht mehr als Saatmen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020